Idealism prevails. Make the world a better place. Ich bedanke mich zunächst ganz herzlich bei unseren heutigen Gästen, dass wir uns zu diesem Gespräch hier zusammentreffen. Ich beginne gleich mit Diskursforscherin und Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. Herzlich Willkommen. Danke. Dem Geschäftsführer des Forum Alpbuch, Philipp Nawal. Herzlich Willkommen. Guten Abend. Philosophin Liz Hirn. Herzlich Willkommen. Guten Abend. Und Politikberater Ferry Thierry. Herzlich Willkommen. Ja, und ich möchte gleich beginnen. Wir widmen uns für heute nicht mehr und nicht weniger als der Frage, was nötig sein wird, um die Welt zu retten. In dieser Krise, nach dieser Krise. Die Krise zeichnet ja doch eine sehr harte Realität. Und ich würde gerne gleich beginnen mit Ihnen, Ruth Wodak, und zwar mit den Diskursstrategien. Wir erleben ja doch in der Krise neue Diskursstrategien, denen wir ausgesetzt sind. Vielleicht wollen Sie uns das ein bisschen verdeutlichen. Ich denke, dass sich in dieser Krise einiges gezeigt hat, eben besonders auch Kommunikation betreffend, natürlich jetzt abgesehen von den medizinischen und ökonomischen Herausforderungen, nämlich dass es wichtig ist, einen Weg zu finden, die Menschen, die Bevölkerung auf etwas hinzuweisen und sie dazu bekommen, bestimmten Regeln und Maßnahmen zu folgen, einerseits und andererseits einen Balanceakt zu vollführen, nämlich insofern, dass man doch noch Selbstaktivität behält. Also ich halte das für einen sehr schwierigen Balanceakt. Und verschiedene Politiker, Politikerinnen und auch Experten und Expertinnen sind da ganz unterschiedlich vorgegangen. Ich habe das ein bisschen vergleichend mir auch angeschaut. Ich meine jetzt vor allem europäisch vergleichend, aber auch in Bezug auf die USA oder auch Brasilien und andere Länder. Und habe also so analytisch zumindest drei Möglichkeiten festgestellt, wie man da vorgegangen ist. Nämlich einerseits, dass man klare Empfehlungen ausgesprochen hat, aber nicht Gebote und Verbote, beziehungsweise auch begründet hat, warum das wichtig ist und durchaus in eine Art Dialog mit der Bevölkerung eingetreten ist. Also es wird immer wieder Schweden genannt, als das Beispiel, wo das so passiert ist. Interessant ist dort auch, dass weniger die Regierung auf der Frontstage vorhanden war, als eher die Experten, Expertinnen, beziehungsweise besonders ein Experte, der also praktisch das Gesicht dieser Krise geworden ist. Und man hat schon bestimmte Regeln gesetzt, vor allem nachdem man gesehen hat, dass in den Altersheimen also sehr viele Tote zu beklagen waren, also da auch einiges schiefgegangen ist. Aber man hat sich zurückgehalten mit einem eher so Befehls- oder fast autoritären Ton. Dann gab es eher, bei sich Deutschland war das ganz klar zu beobachten, aber auch in Italien habe ich das gesehen, also ein sehr bestimmter Diskurs, eine sehr klare Vorgabe von Regeln, aber eher auch technisch. Weniger emotional, weniger ein Einschwören, wenn ich das so benennen kann, sondern ganz klar, die Situation ist jetzt so, wir müssen das und das machen. Und der Zugang zu Daten und verschiedenen Kriterien war möglich. Mich hat da besonders beeindruckt, muss ich das wirklich so sagen, der italienische Ministerpräsident Conte, der trotz der fürchterlichen Ausmaße der Krise in Norditalien ziemlich ruhig bei seinem Tisch saß und erklärt hat, also ab morgen ist das so und dann ist es so, ohne, also so eine besondere, ohne besonderes Pathos in die Hand zu nehmen. Aber auch Frau Merkel war, sie ist zwar immer die Mutter der Nation, also schon lange, aber sie hat das weder mütterlich gemacht, auch nicht pathetisch, sondern sehr klar auf die Gesundheitsregeln und auf das Ziel hingewiesen und auch da waren die Experten, Expertinnen sehr stark wahrnehmbar. In Italien weniger, aber in Deutschland gibt es also auch ein Gesicht der Krise oder vielleicht zwei. Also der Herr Drosten ist jetzt international sehr bekannt, das Robert-Koch-Institut ist bekannt und so weiter. Dann aber gibt es auch eine andere Facette, wie wir sie in Österreich zum Beispiel beobachtet haben, nämlich eher eine wirklich Top-Down-Kommunikation mit sehr wenig Erklärung, kein Zugang zu den Kriterien oder Daten. Also es wurde sehr wenig erklärt. Also ich hätte mich sehr interessiert, warum jetzt das gelockert wird, aber das nicht und wie sind diese Entscheidungsprozesse gelaufen. Und auch die Wissenschaft hatte keinen Zugang zu den Daten, was ich zumindest fragwürdig finde. Und es wurde also vorgegeben, man weiß. Und das halte ich für eine gefährliche Art der Kommunikation, weil was passiert, wenn es falsch ist. Also überschrieben war das Ganze dann noch mit einer religiösen Metaphorik, also die mir ganz stark aufgefallen ist, also nicht nur der patriotischen Gestik, dass wir in Österreich am besten sind und vor allem auch von einigen Regierungsmitgliedern immer nur die Österreicher und Österreicherinnen angesprochen wurden und nicht die Menschen, die hier leben. Aber die Auferstehung und ähnliche Metaphern haben mich sehr irritiert, muss ich sagen. Also ich bin nicht katholisch, ich bin überhaupt nicht religiös. Ich habe mir gedacht, also was soll ich jetzt damit anfangen mit dieser Metaphorik? Und dann fällt mir natürlich noch ein viertes Moment ein und dann höre ich schon auf, nämlich wirkliche Leugner der Krise, die, also jetzt waren es sozusagen Leute, Regierungen, die in irgendeiner Weise sinnvoll mit dieser Krise versucht haben umzugehen und auch umgegangen sind, unterschiedlich, auch mit jeweils positiven Erfolg und dann hatten wir aber von Boris Johnson, Donald Trump und Bolsonaro, jetzt um drei Beispiele zu nennen, auch zunächst Putin-Regierungen, die geleugnet haben, dass das eine besondere Situation ist und gedacht haben, also man kann sich da irgendwie drüber retten und das nicht wirklich ernst nehmen und entweder auch ohne Maske ins Spitäler gehen und dann wird halt Boris Johnson erkrankt geworden, also diese Meinung hat er sich ja revidiert und Donald Trump und Bolsonaro wollen es einfach nicht wahrhaben. Und das, obwohl, vor allem in den USA, es schreckliche Todesziffern gibt und obwohl die ökonomische Krise enorm ist. Und diese, würde ich sagen, demagogische, auch sehr populistische Art damit umzugehen, wiederum appellierend an den Hausverstand und nicht an die Experten und an die Expertise, war doch sehr verwunderlich. Und jetzt kann man sich fragen, was wird jetzt nachher sein, also wie kommt man aus dieser Situation wieder in ein Leben zurück, das wir kennen. Es wird sich auf jeden Fall geändert haben, weil wir jetzt alle eine bestimmte Erfahrung gemacht haben. Also nur zurück wird es nicht gehen. Ich weigere mich aber, diesen Begriff neue Normalität zu verwenden, weil der in einem ganz anderen Zusammenhang aufgekommen ist. Deshalb mag ich den so nicht verwenden, sondern wir werden einfach etwas dazugelernt haben, so wie wir immer dazulernen. Und man wird sich also irgendwie neu verhalten müssen, auch angesichts der enormen ökonomischen Krise, in der wir schon stecken und die, denke ich, auch immer größer. Also das halte ich für die größte Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Und da wird sich zeigen, wie jetzt eben nach dieser Krise damit umgegangen werden wird, weil jetzt steht zwar viel Geld zur Verfügung, aber irgendwer wird das ja zahlen müssen. Und da müssen sich jetzt alle fragen, also wer sind jene, die jetzt wirklich betroffen sind? Wo kommt dieses Geld her? Was wird das bedeuten? Wird es wesentlich mehr Arbeitslosigkeit geben? Und so weiter. Was macht man? Und die Diskussion zum Beispiel über ein Grundeinkommen, ich finde die sehr interessant, dass die jetzt aufgetaucht ist. Ich finde auch sehr interessant, dass aufgetaucht ist, dass der Staat wieder sehr präsent ist. Der war ja im neoliberalen Denken irgendwie weg, sehr abgetreten gewesen, ist jetzt wieder ganz stark da. Und dass auch die Sozialpartnerschaft, zumindest in Österreich, wieder vorhanden ist. Also die Gewerkschaften werden nicht gleich wieder verschwinden und die Arbeiterkammer auch nicht. Also da hat sich einiges gedreht. Und jetzt ist die Frage, wie wird man, sollte es auch keine zweite Welle geben und auch keine dritte, wie wird jetzt da weiter verfahren werden im Umgang mit all diesen wirklich neuen Gegebenheiten? Du hast mir jetzt schon viele Anknüpfungspunkte gegeben, die ja auch von unserer restlichen Runde in spannenden Beiträgen behandelt wurden. Wir wollen das natürlich jetzt auch in dem Gespräch weiter vertiefen. Bevor wir dann zu den ökonomischen Krisen und dem starken Staat und diesen anderen Punkten kommen, die du schon angerissen hast, möchte ich jetzt noch auf etwas kommen, weil es waren ja auch die martialischen Metaphern, die kursieren. Wir werden alle jemanden kennen, der stirbt. Und starke Männer spielen da natürlich eine Rolle in dieser Thematik der Retter der Nation. und vielleicht auch, sage ich mal, der fürsorgliche Vater, wie man das ja sehr Biedermeier-mäßig kennt. Und damit bin ich jetzt schon bei den Superhelden und würde gerne weitermachen mit diesem Hirn. Ja, zeigen die sogenannten starken Männer, Paul Johnson und Donald Trump wurden schon genannt, wie es sicher nicht gehen wird, beziehungsweise tut eigentlich so ein Held das Richtige um jeden Preis. Wer braucht überhaupt diese Superhelden? Vielleicht lassen Sie uns da ein paar Einblicke. Naja, das Spannende an der Situation ist jetzt, und ich finde, das zeigt ja auch dieses verdammt kleine Virus sehr gut, wie machtlos diese starken Männer sind, wenn es wirklich zur Sache geht. Also wenn es wirklich eine Krise gibt, die man jetzt nicht über kriegerische, martialische Konflikte lösen kann, sondern tatsächlich, wo man Experten auch braucht, Expertinnen braucht, die diese Krise zumindest mit ihnen lösen müssen. Ja, insofern könnte man jetzt sagen, wunderbar, jetzt erfahren wir quasi alle, dass die machtlos sind. Also wir sehen das nicht nur an den Zahlen, sondern auch an ihren Gebaren, okay. Also wir könnten jetzt sagen, gut, ich sehe das allerdings nicht so positiv, weil eben eine ökonomische Krise da lauert. Und das Erste, was passiert, wenn noch eine größere Unsicherheit aufkommt, wir sehen sie auch in Österreich, Sie haben es ja schon schön erklärt, mit der Erfauch des Messias, des Retters der Nation, dass wir scheinbar als Menschen, die Tendenz haben als soziale Wesen, dann dem zu folgen, der uns irgendwie auch Sicherheitskonzepte anbietet, die leicht zu verstehen sind, die uns auch verordnet werden, wo ich nicht so viel drüber nachdenken muss. Und insofern würde ich da jetzt nicht sagen, ja, wir können jetzt triumphieren und sagen, Sie haben jetzt versagt, sondern ich würde eher sagen, es ist große Vorsicht geboten, denn sobald dieses Virus wieder in den Hintergrund rückt, sei es, weil wir vielleicht Therapiemöglichkeit haben, sei es, weil es den Schrecken verliert. Das ist ein wichtiger Aspekt auch, den jetzt ja viele Mediziner, Medizinerinnen schon voranschreiben und sagen, bei einer zweiten Welle kann sich eine Regierung, selbst mit dem Stärkstmann, nicht mehr darauf verlassen, dass die Angstpolitik funktioniert, weil die Leute haben ganz andere Probleme, die sind in finanziellen Schwierigkeiten, in ökonomischen Schwierigkeiten. Das heißt, auf das kann man nicht mehr zählen. Was wird dann der Schritt sein? Welche Mittel stehen dann noch zur Verfügung, um das einzudämmen? Ja, um da an die, ich gebrauche das Wort Vernunft immer recht maßvoll, ja, aber um da an die Vernunft zu appellieren. Und da glaube ich, das könnte eine sehr, sehr spannende Situation sein. Wie gesagt, ich bin kein Orakel, aber ich würde sagen, was wichtig wäre jetzt auch von anderen Disziplinen außerhalb der Virologie und medizinischen Experten wirklich, dass wir von Kultur- und Geisteswissenschaften wirklich darauf hinweisen und wirklich auch appellieren dran, da wachsam zu sein und ein Auge drauf zu haben. Um jetzt einen positiven Aspekt nochmal drauf zu werfen und vielleicht diese starken Männer auch auszuhebeln, mir fehlt ein bisschen auch der Punkt, dass wir darauf schauen, was in dieser Krise sehr gut funktioniert hat. Also, wie wir schon gesehen haben, zahlt es sich jetzt aus, dass wir einen Wohlfahrtsstaat haben, und dass wir einen Sozialstaat haben, der es abfängt. Das heißt, neoliberales System funktioniert ja ganz gut in guten Zeiten, also nicht in einer Ausnahmesituation. Wie ist es aber tatsächlich in einer Situation, wo viele Branchen gebeutelt werden, wo rauskommt, dass es sehr viele prekär Beschäftigte gibt, etc. Also, jetzt greifen wir sehr, sehr gerne wieder auf die staatliche Hand zurück. Und da gibt es viele Beispiele, auch unser Gesundheitssystem. Also, wir haben ja auch Krankenhausbetten und Intensivbetten reduziert, nur nicht so stark. Den Vorteil, den wir jetzt allerdings haben, der ist ja hart erstritten worden, und der nicht auch etwas, was wir jetzt dieser Regierung verdanken, sondern tatsächlich auch einen langen Aufbau davor, der sich dafür eingesetzt hat, dass das zur Verfügung steht. Also, jetzt auch den Fokus darauf zu richten, bitte erhalten wir das, was wir schon haben, und investieren wir, auch wenn es noch mehr kostet nach der Krise, in diese Krankenhausbetten rein, in die medizinische Versorgung rein, in die Absicherung der prekär Beschäftigten rein, schauen wir, dass wir genug soziale Abfederung haben. Ich glaube, das kann so ein Punkt sein, wo wir wirklich auch nicht nur wachsam, sondern auch dafür kämpfen müssen, nach der Krise. Wobei ich ja gelacht habe, beim Titel auch, Regeln für die Zukunft, weil für mich ist dann spannend, wann beginnt denn diese Zukunft? Also, wenn wir eine Therapie haben, wenn wir eine Impfung haben, wenn dieses Virus vollkommen verschwunden ist, wenn wir wieder eine Normalität oder eine normale Normalität haben, also ich mag den Begriff neue Normalität auch nicht, also wann ist denn dieser Zeitpunkt? Also, mir ist noch nicht ganz klar, wann diese Zukunft jetzt, oder wie wir diese Zukunft überhaupt feststellen können. Braucht es bis dahin eine Debatte über das Grundeinkommen wieder? Würden Sie das begrüßen? Ja, das würde ich begrüßen. Ich sage meinen einzigen Einwand dagegen, und ich bin sehr dafür, dass diese Diskussion ernsthaft gestartet wird und nicht nur so als Wohlfahrtsprojekt, sondern tatsächlich ernsthaft diskutiert wird, auch im Zuge von Digitalisierung, Robotisierung. Die kommen, das ist ja nicht weg, diese Krisen haben sich ja jetzt schon angebahnt. Mein Moment, wo ich unsicher bin, wie weit ich das vertreten kann, ist eher, könnte das nicht auch missbraucht werden, nämlich Leistungen auch zu kürzen. Vielleicht sogar, dass Menschen dann am Schluss weniger überbleibt, weil man einfach sagt, das ist jetzt die Summe, die bekommst du. Aber was ist mit Menschen, die zum Beispiel zusätzliche Bedürfnisse haben? Sei es, weil sie gesundheitlich angeschlagen sind, oder weil sonstige Unglücksfälle kommen. Das heißt, für mich ist dieses Grundeinkommen dann interessant, wenn wir wirklich einen guten Gesetzeskontext haben, ein gutes Regelwerk haben, wie wir es anwenden, und auch absichern, dass es nicht politisch missbraucht wird. Gut, damit möchte ich noch, bevor wir dann zu den Thesen für die Zukunft kommen, und auch zum starken Start, der jetzt schon mehrmals gekommen ist, Herr Nawal, Sie haben im Standard geschrieben über die Isolation als Illusion. Wie sollte man diesen Stress-Test, dem die Gesellschaft unterliegt, unabhängig jetzt davon, wann die Zukunft beginnt, wie sollte man das analysieren? Hat die Ungleichheit zugenommen? Ich gehe davon aus, dass Sie das wahrscheinlich bejahen werden. Aber wie würde aus Ihrer Sicht auch ein Umgang mit jenen ausschauen, von denen man jetzt besonders viel Solidarität verlangt? Haben Sie da vielleicht auch in diesem Lockdown Momente des Zusammenseins erlebt? Wie sehen da Ihre Einschätzungen aus? Ich glaube, das war ja die These, auch der Kolumne oder des Artikels, dass wir, glaube ich, und das war wiederum etwas Positives, gemerkt haben, zu welcher Solidarität Menschen in einer Gesellschaft fähig sind. Ehrlich gesagt, glaube ich, wussten wir ja alle Anfang, Mitte März nicht, in welche Richtung sich die Pandemie entwickeln würde, wie der Virus genau beschaffen ist. Es ging vor allem darum, Zeit zu kaufen. Und es hat mich, und das war etwas Positives, überrascht, wie bereit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten waren, zu sagen, ja, ich lege alles hin, lasse alles ruhen, um andere zu schützen. Ich glaube, da, wo dann die Probleme beginnen und auch, glaube ich, zu Recht die angebrachte Kritik vorzubringen ist, war die Zeit, die dann die Wochen danach gelaufen ist, wo wir eben auch sehr bewusst oder sehr, sehr klar gemerkt haben, dass die Zeit zum Analysieren nicht überall gleich genutzt wurde. Und deswegen habe ich es auch eine Illusion genannt. Wir waren in einigen Tagen, Wochen wirklich gleich. Und dann ist aber auch klar geworden, dass manche gleicher als andere sind. Und jetzt ist es eine Sichtbarwerdung von vielen Konflikten und Konfliktlinien, die schon vorher da waren, die uns aber irgendwie, die wir gut unter den Teppich gekehrt haben. Und die wir jetzt entweder weiter ignorieren können und dann wird es aber zu massiven sozialen Verwerfungen führen oder endlich angehen können. Ich nehme jetzt als Beispiel prekäre Arbeitsverhältnisse von landwirtschaftlichen Arbeitskräften, die billigst aus Osteuropa schon seit Jahren oder aus Afrika in Europa arbeiten. Da können Sie entweder sagen, ja, auf Teufel komm raus, die färgen wir jetzt noch mehr zusammen und wie gesagt, wir brauchen jetzt billige Erdbeeren und billiges Fleisch. Oder Sie können handeln wie die italienische Landwirtschaftsministerin, die die Gunst der Stunde und auch in gewisser Weise ein Momentum, ein Window of Opportunity genutzt hat, um endlich diesen Entrechtenden einen legalen Status in Italien zu geben. Etwas, wo über Jahrzehnte Migranten und Migrantinnen als Billigarbeitsgericht, als Lohnsklaven ausgenutzt werden, endlich einen Rechtsstatus bekommen. Und das war nur möglich, weil die auch plötzlich eine Verhandlungsmasse hatten. Zu den Superhelden, auch hier plötzlich, gehen Fenster auf für prekär oder auch schlecht bezahlte Gruppen wie Pflegerinnen, wie Leute in der Gesundheitsversorgung, wie Leute in der Taseinsversorgung, die plötzlich ganz andere Verhandlungsmasse haben. Weil da hat man plötzlich gemerkt, wo sind die sozusagen klassischen Bullshitjobs, die man, die es in so einer Krise nicht braucht und wo sind die Leute, die wirklich ein Land am Laufen halten. Also das sehe ich in gewisser Weise durchaus als positiv. Aber die Konfliktlinien nehmen natürlich zu durch den ökonomischen Druck. Und ich glaube, da muss mehr geschehen, als nur Geld blind irgendwo hinzustreuen, das noch dazu oft auch schlecht verwaltet oder schlecht administriert, dann irgendwo sozusagen, um etwas zuzudecken, ausgeschüttet wird. Ja, wir brauchen jetzt mehr denn je Kreativität. Und wenn man sich anschaut, ich meine, die Vergleiche historischer Natur mit 1929, der Weltwirtschaftskrise, natürlich lässt sich nicht alles mit historischen Analogien machen. Aber die Länder wie die USA, die damals mit einem New Deal kreativ aus dieser Weltwirtschaftskrise gekommen sind, die sind auch politisch und demokratiepolitisch anders dargestanden. Vielleicht noch ein letztes Wort zu der interessanten Analyse von Professor Wodak zu Wertmustern, die jetzt bestärkt wurden. Ich halte es schon für sehr bedenklich, dass sicher von Land zu Land unterschiedlich, aber in ganz Europa dieser Modus Gehorsam, Entmündigung und das sozusagen Regelnbefolgen so gestärkt wurde. Das war zum Teil natürlich notwendig, aber dem muss jetzt entgegengewirkt werden. Wir müssen ganz klar jetzt wieder auf Selbstbefähigung und auf Chancen, wo jeder einzelne Verantwortung hat, setzen. Und das müssen wir auch tun, demokratiepolitisch. Wir können nicht mehr länger zuwarten und glauben, dass wir mit der repräsentativen Demokratie, wie sie im Moment aufgestellt ist, weitermachen können. Wir müssen jetzt genau in die andere Richtung gehen und sagen, wo können wir den Bürgern wieder mehr zutrauen, mehr Verantwortung, mehr Mitentscheidung, wie wir aus dieser Krise kommen. Und da nehme ich im Moment sehr, sehr wenig wahr, auch aus europäischer Unionssicht. Wo sind diese Angebote? Und wir haben mittlerweile aber Methodiken entwickelt, sowohl im Analogen, also im Zusammenkommen von Menschen über Bürgerräte, da können wir vielleicht nachher noch diskutieren, oder auch über digitale Prozesse, Beteiligungsprozesse. Und das braucht es jetzt eigentlich im Moment. Ein bestärkendes, ja, für einen Moment war es notwendig, sozusagen Regeln zu befolgen. Klar, es macht Sinn, hat Sinn gemacht, aber jetzt ist der Fokus auf Menschen zuzuhören, Menschen einzubinden, wie wir aus dieser Krise kommen. Ja, auf Digitalisierung und Europa und Nationalstaatlichkeit, wäre es vielleicht mehr Gemeinschaft, möchte ich da noch eingehen. Aber mich würde jetzt zunächst auch noch interessieren, aus Ihrer Sicht, in welche Richtung diese massiven Auswirkungen der Krise gehen könnten. Sie haben, um jetzt nicht nur den Standard zu bewerben, sondern auch die Presse, ja fünf Thesen dazu in einem spannenden Beitrag formuliert. Und ja, es geht zum Beispiel unter anderem darum, ob Sicherheit über die Freiheit siegen wird. Was meinen Sie, wird der Mainstream akzeptieren, dass in diese Grund- und Freiheitsrechte eingegriffen wird? Wird die Polarisierung aufgrund dessen zunehmen, dass es da eine starke, schweigende oder weniger schweigende Mehrheit gibt, aber eine starke, nicht schweigende Minderheit? Wie schätzen Sie das ein? Also ich befürchte tatsächlich, dass dieses Match zwischen Sicherheit und Freiheit zugunsten der Sicherheit ausgeht, auch wenn ich das nicht, wenn ich klar sozusagen in dem Fall zu einer Minderheitsmeinung gehöre. Ich glaube, dass durch die Corona-Krise nichts völlig anders wird. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Frage eine völlig andere Richtung einschlagen, als wir das vorher getan haben, aber es verstärkt Tendenzen. Und ich glaube, wenn es vorher eine gewisse Tendenz in einer Richtung gab, dann wird die massiv verstärkt. Und so erleben wir das, glaube ich, in vielen Bereichen. Und es gab definitiv dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit schon viele Jahre und Jahrzehnte und das ist gerade in den letzten Jahren, würde ich sagen, noch einmal bedeutender geworden. Und ich glaube, dass diese Corona-Krise jetzt sozusagen das Pendel jetzt endgültig auch, glaube ich, in Richtung Sicherheit ausschlagen hat lassen. Da wird es immer eine Gegenbewegung geben und die muss es auch geben. Und eine Gegenbewegung ist ja nicht nur dann erfolgreich, wenn alles in die Richtung dieser Gegenbewegung geht. Eine Gegenbewegung ist ja auch schon dann erfolgreich, wenn sie zumindest Schlimmeres verhindert. Und das muss die Aufgabe auch in einem liberalen freiheitlichen Staat sein. Das klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, weil es heißt eigentlich, wir haben uns schon davon völlig verabschiedet, das tue ich nicht. Also ich halte Freiheit für wichtiger denn je. Die Freiheit der einzelnen Bürgerin, des einzelnen Bürgers zu entscheiden, quasi was ist gut für mich, was nicht, was meine Gesundheit betrifft. Auch die Bewegungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Medien, und all diese Dinge, die jetzt ganz unmittelbar bedroht waren oder teilweise noch sind. Und das heißt, Freiheit ist definitiv wichtiger denn je. Und wenn durch diese Corona-Krise solche Grundwerte wie Freiheit jetzt wieder stärker in Diskussion sind, im Sinne einer Auseinandersetzung über die Bedeutung dieser Werte, dann hat es zumindest das Positive gehabt. Weil ich glaube, dass wir speziell in Österreich eher ein Defizit haben an einer grundsätzlichen Debatte über Werte wie dieser. Und deswegen bin ich immer wieder neidisch, wenn ich in andere Länder schaue, wo diese Werte auch in Zeiten wie diesen thematisiert werden. Also ich finde es einfach ein positives Signal, wenn eine Bundeskanzlerin im Parlament über eine Zumutung für die Demokratie spricht. weil das zeigt, dass sie verstanden hat, dass es auch darum geht. Es geht jetzt nicht nur um Absperren, Zumachen, Sicherheit gewährleisten, sondern es geht auch darum, andere Dinge, die wichtig sind in unserer Gesellschaft zu schützen und die jetzt bedroht sind. Und da geht es oft, und da wird mir Ruth Wodak glaube ich recht geben, es geht ja auch oft ganz massiv in der Politik nicht nur darum, was ich tue, sondern auch, was ich sage und wie ich es sage. Das hat eine ganz große Rolle in einer Gesellschaft und das hat eine große Rolle in der Politik und ich kann Politik auch tatsächlich mit Stimmung machen, im Positiven wie im Negativen. Und deswegen ist das so ungeheuer wichtig, auch wie ich als politische Verantwortungsträgerin, als Verantwortungsträger auftrete und wie ich gerade meine politische Funktion in einer Zeit wie dieser auch ausfülle. Vielleicht noch kurz anschließend, bevor wir dann auch ein bisschen mehr in die Diskussion einsteigen. Okay, also ich nehme mal an, politisches Leadership nimmt jetzt an Bedeutung zu. Sind dann eigentlich weltanschauliche Ansätze dann völlig bedeutungslos oder treten die nur in den Hintergrund? Wenn ich das noch nachfragen. Ich glaube, das Phänomen, dass Weltanschauungen an Bedeutung verlieren, ist ja kein neues. Das ist ein Phänomen, das wir jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon verfolgen. Ich glaube, dass heute, dass sozusagen, wenn Sie so wollen, das große Duell zwischen den zwei großen, weltanschaulichen Lagern, das wir in den letzten Jahrzehnten in Europa sozusagen im Großen und Ganzen erlebt haben, ja heute weit weniger Bedeutung hat, als es halt noch vor 20, 30, 40 Jahren hatte. Ich glaube, die Bedeutung des Leaderships, der Führungsfähigkeit von politischen Verantwortungsträgerinnen und Trägern ist heute wichtiger, als es noch früher war. Und das sehen wir ja auch, dass wenn wir jetzt vergleichen, zum Beispiel, wie sind jetzt gewisse Regierungen in unterschiedlichen Ländern, in Europa weltweit, in dieser Krise umgegangen, haben wir sehr unterschiedliche, teilweise sehr unterschiedliche Muster, auch unterschiedliche politische Backgrounds, aber eigentlich wenig Zusammenhang mit dem Erfolg oder auch mit der Unterstützung in der Bevölkerung für diesen Kurs. Also das heißt, wir haben, also dort, wo es eine, sagen wir mal, eine sehr klare Leadership gab in der politischen Führung, gab es auch viel, gibt es auch viel Unterstützung in der Bevölkerung. Und das sagt aber noch nicht zwingend etwas aus darüber, wie die Welt anschaulich ausgerichtet ist. Also im einen Fall sind es Sozialdemokraten, im anderen Fall sind es Konservative, im dritten Fall Liberale und die können aber auch genauso populistisch sein. Also da gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, finde ich, und das zeigt sich jetzt interessanterweise mehr den Ebenen. Okay, bitte. Ja, ich wollte, jetzt muss ich kurz darauf erst eingehen, aber dann wollte ich auch noch zu einem anderen Punkt was sagen. Also bei der Frage jetzt Bewältigung der Krise und sozusagen sich versammeln rund um die Regierung oder so, sicherlich im ersten Monat war das ganz klar. Da finde ich ja auch die Statements der Künstler und Kabarettisten besonders wirksam, die ja auch gemeint haben, es war ganz klar, dass sie einen Monat genau das gemacht haben, was vorgegeben war und dann war es aber aus. Das finde ich klar und dass da die Werte der jeweiligen Regierungsperson steigen, wenn man das nachvollziehen kann, ist auch klar. Interessant war der Fall von Boris Johnson, dessen Werte sind erst gefallen, dann wie er krank geworden ist, sind sie wieder gestiegen, weil er als großes nationales Mitleid da war und natürlich von den Zeitungen und den Medien unglaublich unterstützt, also wie geht es ihm stündlich und so weiter und jetzt trotz der zum Teil sehr schlechten Art, wie damit umgegangen wird und auch der viel zu wenig vorhandenen Mittel und Ressourcen des NHS, der ja zu Tode gespart wurde von der konservativen Regierung vorher, jetzt sieht man in England wirklich wieder eine Spaltung und da kommen jetzt die Ideologien ganz stark hinein. Ich habe jetzt mit Kollegen, Kolleginnen in England Sonntag geskypt, weil ich habe ja zwölf Jahre dort gelebt und gearbeitet. Es ist wieder die Gruppe Brexit ist für Aufhebung aller Maßnahmen und zwar sofort. Die Gruppe Remain ist für Vernunft und Langsam und Überlegung. und das Stadt-Land Alt-Jung und dann konservativ von Upper Class also Tories bis zu Blue Color also alles sozusagen über die traditionellen Klassengrenzen hinweg. Das heißt, die Spaltung des Landes, die es zu Brexit gegeben hat, ist jetzt schon wieder da und die ist ganz stark ideologisch und da würde ich auch meinen, dass diese Freiheits-Sicherheit Frage ist auch eine stark ideologische und wir müssen glaube ich unglaublich aufpassen, dass diese Diskussion nicht von den Rechtsextremen jetzt gekappert wird. Und da sieht man eben auch, wie die Ideologie da das instrumentalisieren kann. Also wenn wir uns jetzt die Diskussionen oder die Demonstrationen in Deutschland anschauen, wo plötzlich die Grundrechte und die Freiheit von den Extremrechten sozusagen betont werden, so ist das eine andere Freiheit und die Freiheit ist auch nur für ganz bestimmte Menschen. Also die nativistische, national-nativistische Ideologie schlägt durch, es ist für unter Anführungszeichen unser Deutschland, unser Deutschland für die Deutschen, also die Muslime fallen da sicher nicht drunter und auch die Migranten, Migrantinnen und wahrscheinlich jeder, die nicht christlich ist, auch nicht. Also da sind schon ganz klar ideologische Unterschiede zu bemerken und ich würde sagen, dass sich selbstverständlich das ideologische Spektrum verändert hat und überhaupt nach rechts gerückt ist, sehr stark insgesamt, aber dass da eben sehr unterschiedliche Meinungen und Bedeutungen jetzt verknüpft werden mit diesen Konzepten Sicherheit und Freiheit. Und wenn wir jetzt für Freiheit, Partizipation, das irische Modell und Debatten und Bürger-Bürgerinnenrechte eintreten, so ist das ganz was anderes, als die AfD jetzt meint und andere Gruppen und wofür auch die FPÖ jetzt in Österreich eintritt. Also ich glaube, dass wir da sehr stark differenzieren werden müssen und sehr aufpassen müssen, sozusagen unter Anführungszeichen die Freiheit, die ich meine. Also was ist die Freiheit, die ich meine und für welche stehe ich jetzt ein und wofür mache ich mich stark und da sind ganz starke ideologische Momente und da sieht man Ich behaupte nur, dass das nicht zuordnbar ist zu den traditionellen eintrittischen Lagern. Manche schon. Weil wo ist Freiheit rechts oder links? Sicherheit rechts oder links? Ja, welche Freiheit und welche Sicherheit? Und heißt Sicherheit jetzt Grenzen zu machen und ja keine Asylwerber hineinnehmen und ja keine Kinder aus Lesbos herbringen, dann ist das Recht für mich. Ja, weil das ist ein ganz klares fremdenfeindliches sozusagen inwardlooking nativistisches und wenn ich sage ja, aber ich bin international auch offen ja und ich achte die Genfer Konvention und ich bin dies und das so würde ich das eher mit links und liberal und so gleichsetzen. Also das Menschenrechte ja Also ich glaube nicht, dass das durchgehend funktioniert, weil ich glaube aber es gibt auch sozusagen ein Konzept von Sicherheit, das gleichzugesetzt wird mit etatistischen Systemen, die sozusagen alles staatlich regulieren will und dann habe ich bin ich aber eher in einem linken Spektrum und bei der Freiheit genauso. Also ich glaube dass gerade eine Bewegung, die jetzt wie die AfD die nimmt Freiheit eben auch für sich in Anspruch aber selbst sehr ausgeprägt liberale Bewegungen die wirtschaftsliberale Bewegungen oder viele Bewegungen, die jetzt in den USA wieder auch gerade jetzt stärker geworden sind die sagen ich lasse mir doch nicht von jemandem vorschreiben wann ich mein Geschäft aufsperren kann oder nicht die Beste die jetzt deswegen keine Rechtsextremen sind sondern die auf ihre persönliche Freiheit pochen Naja die sind schon Also insofern glaube ich tun wir uns schwerer mit der Zuordnung zwischen rechts und links Ja aber ich denke dass gerade dieses Beispiel wenn ich das noch schnell anfühlen kann Ich glaube wir müssen über die Werte reden aber ich glaube das kann nicht sein auf den Ideologien zu denken ja und das antientellektuelle Antiexpertise also für mich ist das ganz klar zuordnen war und es ist eben nicht der Begriff von Freiheit den ich für vernünftig halte der eben mit dem Wohl des Menschen und eben auch auf die Gesundheit und die Autorität und das Wissen aufbaut also da sehe ich große Unterschiede also auch ideologisch große Unterschiede Gut ich würde jetzt trotzdem von der reinen Ideologie Debatte wenngleich natürlich die progressiven Kräfte und da zähle ich jetzt einmal Sozialdemokraten Grüne und Liberale alle dazu um dieses Spektrum Ich persönlich ja um dieses Spektrum gegen den Rechtspopulismus doch scharf abzugrenzen aber ich würde an das anschließen aber doch auf die Europa-Frage eingehen weil das schon ein bisschen angesprochen wurde also wir haben jetzt auf der einen Seite mehr Gemeinsamkeit mehr Integration auf der anderen Seite wird aber doch die Gesundheitspolitik national verhandelt also und überdies gibt es natürlich Grenzenabschottung und diese Forderungen nationale Lösungen Wird sich das verstärken aus Ihrer Sicht? Kommt dann ein Europa der zwei Geschwindigkeiten am Ende? Kommt überhaupt noch ein Europa am Ende in dieser Zukunft? Wie würden Sie das sehen? Wer möchte beginnen? Ich würde schon noch gern was zur Freiheit sagen Also weil ich ja als Philosophin da sitze und man ja in meinem Fach sehr viel über diese großen Begriffe redet und ich genau das als riesiges Problem empfinde dass wir alle mit Begriffen handieren von denen wir eigentlich sehr wenig Ahnung haben inklusive mir das heißt wir haben alle ein Gefühl dazu was unsere persönliche Freiheit ist was die staatliche Freiheit ist was auch immer Fakt ist aber schon dass wir ja hier nicht absolute Freiheit verhandeln sondern relative das heißt meine Freiheit steht immer in Relation zu anderen deshalb würde ich dazu stimmen also jemand der sagt er sperrt jetzt sein Geschäft unter jeglichen Umständen auf auch wenn es da ein Virus gibt das wütet das potenziell ansteckend ist für meine Familie für die Nachbarschaft dann würde ich nicht sagen dass der hier seine Freiheit äußert sondern tatsächlich die limitierte Freiheit die ihm zusteht in dem staatlichen System in dem er agiert oder auch Bürger ist überschreitet das heißt da sehe ich einen großen Unterschied zwischen übertriebener Sicherheit und dass meine Freiheit Grenzen hat und zwar immer schon und das ist natürlich eine beliebte Taktik auch gerade in Krisensituationen von Rechtspopulisten von all denen die diese starke Mannpolitik auch durchführen den Wählern den Wählerinnen zu versprechen mit ihnen könnten sie das ja tun mit ihnen hätten sie diese Einschränkungen nicht mit ihnen gäbe es quasi diese unlimitierte Freiheit ist natürlich eine Illusion aber lässt sich halt gut verkaufen weil natürlich alles was man an Rechten abspricht natürlich dann unangenehm auffällt also keiner von uns will verzichten in Wirklichkeit ist ja jede kleine Einschränkung unserer Freiheit schon ein Problem wenn wir mal ehrlich sind wir müssen uns alle daran gewöhnen ich glaube aber dass mir da ein anderer wenn wir schon bei den großen Begriffen sind Begriff abgeht nämlich die Pflichten wir reden immer von Bürgerinnenrechten aber was wären jetzt zum Beispiel auch Bürger Bürgerinnen Pflichten jetzt bin ich die Letzte die für Gehorsamsmentalität da argumentieren würde aber tatsächlich auch dieser Hinweis eben drauf es gibt einen Zeitpunkt wo es notwendig ist dieses Regelwerk einzuhalten das halte ich durchaus für legitim und auch legitimierbar und argumentierbar aber wie gesagt mit dem Ausblick dass es auch ein Ablaufdatum geben muss aber ich kann tatsächlich hier Staatsbürger Staatsbürgerinnen anhalten ihren Pflichten auch nachzukommen das halte ich für einen wichtigen Aspekt in dem Diskurs weil ich habe das Gefühl auch ich arbeite auch viel mit Jugendlichen zusammen dass wirklich diese Betonung ich habe dieses Recht dazu ich kann da vielleicht sogar klar das haben schon sehr viele Jugendliche auch also ich kann da meine Rechte ja auch irgendwie gewaltsam mir aneignen aber dieses Bewusstsein mit dieser Verantwortung oder mit diesem Dasein in diesem Staat mit diesem Pass etc. kommen auch Pflichten das fehlt vielen das ist ein Plädoyer dass meine Umwertung der Werte vornehmen keine Umwertung aber auch zeigt dass diese Rechte natürlich auch noch eine andere Seite haben dass diese Rechte natürlich kann ich diese Ausübungen aber sie haben Voraussetzungen und die wurden mir zum Beispiel von anderen ermöglicht da stehe ich in einen Austausch und es ist nicht so ich bin einfach da und habe diese Rechte sondern nein ich bin mit diesen Rechten auch immer wieder rückgebunden an Pflichten die auch mir obliegen die ich auch als verantwortungsvoller Staatsbürger Staatsbürgerin ausüben muss und da kommen wir vielleicht auch zu Europa in einem zuerst vielleicht einmal glaube ich in einem globalen Kontext denn Europa muss es gelingen zwischen dem Begriff eben der Freiheit der individuellen Freiheit und der Pflicht auch Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger eine Balance zu finden um nämlich die nächsten und kommenden Herausforderungen die ja ganz anders geartet sind als eine Epidemie nämlich die Klimakrise zum Beispiel zu bewältigen weil ich glaube und da widerspreche ich Ritter in gewisser Weise ich glaube schon dass wir Weltanschauungen und Ideologien noch Manifest sehen aber die zeigen sich vielleicht eher über Technologien zum Beispiel also wir haben die das Modell Chinas einer stark zentralistischen eben auf Pflichten und auf Gehorsam auf Kontrolle ausgerichteten Staatsapparats der sich auch technologisch manifestiert und das ist ein ganz klares Angebot und ein ganz klarer Plan für die Welt in den in einige andere Machtblöcke jetzt hineinwandern nicht zuletzt in Europa Ungarn zum Beispiel das sich sehr stark in diese Richtung oder Serbien zuletzt nach China orientiert und dann hat man das stark auf individueller Freiheit und Selbstbewirklichung aufgebautes Modell Amerika wo de facto die großen die Big Five Google Facebook und Co den Traum der Individualisierung leben und auf Teufel kommen raus sozusagen ihr Modell eines neoliberalen digital Staats sozusagen oder nicht Staats eben ausleben und irgendwo in der Mitte muss Europa seinen Weg finden können und das wird außer wir werden zwischen diesen beiden Kräften aufgerieben und ich glaube das wäre die erste große Herausforderung wie kommen wir hier zusammen und schaffen vielleicht auch und das muss auch eine technologische Antwort sein eine technologische Antwort auf diese beiden Herausforderungen auf diese beiden Blöcke und im Übrigen glaube ich auch dass sich da ein größerer Teil der Amerikaner schon verabschiedet hat mit einer Antwort auf die Klimakrise zu sagen wir wollen damit eigentlich nichts mehr zu tun haben wir verabschieden uns von unserer kollektiven Verantwortung für einen Planeten oder für den Rest der Menschheit wir schauen und das ist ja auch glaube ich die Einladung von Trump an seine Wähler wir schauen dass wir unsere Freiheit unsere individuelle Freiheit so lange ausleben wie das halt noch geht und Amerika hat sich de facto in dem Kontext eigentlich verabschiedet von der Pflicht und ich glaube da müssen wir schauen welche Antworten hat da Europa ich verstehe schon dass die Leute teilweise mit diesen Ambivalenzen kämpfen in Europa weil so sehr wir das Expertentum jetzt hochleben lassen und erwarten dass man ihm folgt und auch sozusagen dann hier entsprechend sich verhält bei der Klimakrise ist es bisher anders da werden wissenschaftliche Empfehlungen immer noch nicht gehört und wird jetzt schon wieder darüber diskutiert ob man eine Autoindustrie stützen muss mit irgendwelchen Autoprämien oder was auch immer und ich glaube da kann ich schon auch Leute verstehen die sagen Entschuldigung das ist mir alles viel zu scheinheilig und dass dann ein gewisser Teil dieser Menschen denen das alles viel zu scheinheilig und auch intransparent ist Gefahr läuft Verschwörungstheorien anheimzufallen das kann ich möchte ich hier nicht rechtfertigen aber ich kann es zumindest nachvollziehen und verstehen und das hat mich durchaus auch überrascht was da jetzt in den letzten Tagen und Wochen auf uns zugekommen ist also auch aus Gruppen von Bekannten Nachrichten an einen herangetragen werden was ich denke hätte ich mir nicht gedacht dass ich so ein Video mal von dem und dem bekomme also da ist durchaus etwas im Gange was mir Sorgen bereitet Also vielleicht auch Entschuldigung darf ich noch zu Europa was sagen also ich meine das mit den Verschwörungen finde ich auch sehr beängstigend ist natürlich nicht neu immer in sehr komplexen und schwierigen Zeiten bieten Verschwörungstheorien einfache Erklärungen und das Muster also Soros ich habe ja nur gewartet dass Soros auch da jetzt wieder hineinkommt jetzt haben wir halt Geld nicht jüdisch aber irgendwie haben wir gedacht naja irgendwo werden es schon jemanden finden weil ich habe ja so einen Begriff dafür der Judeo Sex Machina also wenn es irgendeine Erklärung braucht gibt es eine Weltverschwörung und irgendwo findet man halt den und das ist sehr beängstigend und mir geht es ähnlich ich habe auch ganz komische Nachrichten und so gekriegt von Leuten wo ich mir gedacht das gibt es ja überhaupt nicht also das weist für mich darauf hin dass es viel zu wenig Diskussion und Diskurs gibt wo man sich mit verschiedenen Theorien und Ansätzen und so jetzt gar nicht auf hochwissenschaftlichem Niveau auseinandersetzen könnte also zu wenig Öffentlichkeiten wo das geht und man daher dann irgendwie so Schamanen glaubt aber jetzt zu Europa also was mich sehr verstört und wo ich also nicht sehe wie sich das sinnvoll weiterentwickeln kann ist das ist das es keine wirkliche Antwort auf Orbans Weg gibt also jetzt muss man sich vorstellen also Orbán hebelt das Parlament aus also das ist sozusagen das letzte in einer langen Liste von Dingen die in Ungarn schon passiert sind seit 2014 geht das also Schritt für Schritt dort irgendwie und ja Aushebeln von demokratischer Rechte Medien werden gekauft beziehungsweise an bestimmte also ein Klientelismus hat sich ja dort ganz stark etabliert und von der EU kommen natürlich schon Warnungen es wird immer wieder was gesagt auch Juncker hat ja unlängst da im Zentrum sich ganz stark als ehemaliger Präsident der Kommission geäußert und hat gesagt naja er versteht überhaupt nicht warum die Fidesz-Partei noch bei der Europäischen Volkspartei dabei ist aber sie ist es und es ist auch so dass es innerhalb der ganzen Regelmaterie offenbar keine Möglichkeit gibt da wirklich Ungarn auszuschließen oder es mehr unter Druck zu setzen außer finanziell ja selbst das geschieht eben nicht das wäre doch schon ein Beginn also ich sehe den Wertekonflikt da ganz stark also für mich ist das also auch so wenn ich mit Kollegen Kolleginnen auf der Uni rede oder so bei Tagungen sehe ich das schon ganz stark also Europa steht ja auch für bestimmte Grundhaltungen für eine für bestimmte Werte die Menschenrechte sind Teil des Vertrags und so weiter für Würde und 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 jetzt kommen Staaten Polen auch die das völlig unterwandern und zwar ganz offen und Serbien obwohl kein Mitglied ist übrigens auch also es ist aber da vielleicht noch kurz einhaken ich glaube da haben wir ein zentrales Problem dass die EU mit ihren Entscheidungsmechanismen vor allem die des Europäischen Rates einfach blockiert ist wenn ich ein Einstimmigkeitsprinzip von 27 Mitgliedstaaten habe dann bin ich natürlich erpressbar und Orban weiß das sehr genau auszunutzen über viele Jahre wurde er extrem unterschätzt man denke nur daran wie Juncker immer gesagt ja der Orban mit dem werden wir schon fertig der kleine Schulbub in Wirklichkeit ist er ein gewiffter Stratege der sich ganz genau anschaut wo Schwachstellen in einem System sind und ich glaube wenn man eines von Populisten und vor allem in dem Fall autoritären Antidemokraten so muss man sie nämlich wirklich nennen lernen kann dann ist es Angriff ist die beste Verteidigung und ich glaube das muss jetzt auch der Aufruf für alle Europäer sein nämlich zu sagen gut wir nehmen diese Schwachstellen diesen Angriff auf Europa ernst und wir gehen proaktiv auf die Bürgerinnen und Bürger Europas so und es braucht eine wirklich neue Diskussion und nicht nur Diskussion sondern eine Art Verfassungskonvent wie wir dieses Europa in Zukunft wie wir in diesem Europa reagieren wollen und wenn ich die Bürger entsprechend einbeziehe dann kann es durchaus dazu kommen dass es vielleicht ein Kerneuropa oder was auch immer gibt nur es wird so nicht mehr weitergehen mit dieser Art von Entscheidungsmechanismen weil da bleibt man erpressbar und es werden immer mehr dazu kommen die sich dann Entschuldige er hat sich jetzt schon so lange gemeldet ich glaube eben auch dass eigentlich gerade die jetzige Gesundheitskrise die jetzt noch andere Krisen in Folge haben wird von Wirtschaftskrisen und gesellschaftlichen Krisen eigentlich ein Anlass sein müsste um genau auch hier zu Entscheidungen zu kommen was auch die europäische Integration betrifft weil in Wirklichkeit muss man sagen dass die Europäische Union und damit meine ich jetzt explizit nicht die europäischen Institutionen als die viele Regierungschefs dann immer die sozusagen gleichsetzen sondern ich meine hier tatsächlich die 27 Regierungschefinnen und Chefs die hier zusammensitzen es zum zweiten Mal nicht geschafft haben innerhalb von wenigen Jahren eine ganz ganz große Frage gemeinsam zu lösen das hatten wir in der Migrationszeit sozusagen in der Zeit dieser großen Migrationswelle und haben es jetzt wieder gesehen und es stellen sich wieder einige Regierungschefs hin und sagen die EU wird sich aber dann eine ordentliche Debatte anhören können die EU mit der ich als Regierungschef nichts zu tun habe sondern das ist also irgendeine anonyme Behörde wo ich mich dann beschweren kann und so sehr ich eigentlich immer der Überzeugung war es braucht dieses gemeinsame Europa auch das Europa wo Länder unterschiedlich weit sind aber das ist genau das was die europäische Integration ausmacht dass wir andere Länder mitnehmen auf dem Weg in Richtung Demokratie Rechtsstaat und Wohlstand ich glaube tatsächlich dass wir jetzt an dem Punkt sind wo wir akzeptieren müssen dass das wahrscheinlich nicht mehr funktioniert und das finde ich sehr bedauerlich ich sage das auch aus meiner persönlichen Motivation heraus ich bin halb Ungar bin mit einem Ungarn verheiratet und mir tut das persönlich wahnsinnig weh was in Ungarn passiert und ich weiß auch wenn wir akzeptieren dass es ein Europa der zwei Geschwindigkeiten gibt dann weiß ich auch Ungarn wird nicht in der ersten Gruppe dabei sein ich muss ehrlich gestellten ich bin mir auch nicht ganz sicher wo Österreich dabei sein wird aber ich glaube trotz dieser Unsicherheit bin ich davon überzeugt dass es jetzt eine Initiative geben muss zumindest von einigen Staaten die sagen wir vollenden das was wir im wirtschaftlichen Bereich nicht gemacht haben wir machen wirklich eine Wirtschaftsunion mit einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik wir schaffen eine Sozialunion die es braucht wir machen jetzt genau diese Schritte die es braucht um Europa wirklich auch zu einer funktionsfähigen Gemeinschaft zu machen und da glaube ich werden ein paar Länder vorangehen müssen und dafür sorgen müssen dass andere sagen das ist so attraktiv da müssen wir dabei sein und wir müssen dann die dann in diesem sozusagen in diesem wenn man so will neuen Staatenbündnis auch entsprechend höheren Anforderungen was Rechtsstaatlichkeit betrifft was Korruptions betrifft und all diese Dinge auch erfüllen müssen ich würde noch gerne einen Aspekt noch einbringen bevor wir dann zur Schlussrunde kommen das ist natürlich der Ausblick also wohin führt es es sind jetzt einige Stichworte gefallen mich würde schon eines interessieren bekommt die Digitalisierung einen massiven Schub das wäre ein Aspekt ich meine wir haben jetzt sehr viel erlebt die Verbindung Homeoffice gleichzeitig Kinderbetreuung das funktioniert ja auch nur bedingt würde ich sagen nichtsdestotrotz werden die technischen Möglichkeiten dann in diesen in einen Alltag neu integriert werden kommen dann die technischen Möglichkeiten fürs Homeoffice werden diese ganzen digitalen Anwendungen bei Bildung bei Gesundheit in Zukunft dann eine größere Rolle spielen als bisher wird das auch von politischer Seite forciert werden und vielleicht auch dann schon in den Ausblick kommt es dann auch zu einer Art neuen Gründerzeit in diese Richtung es gibt viele Leute das ist angesprochen worden es gibt viele die sind prekär beschäftigt gibt es auch in diesem Bereich der digitalen Welt eine neue Form dann von Unternehmertum oder Gründergeist das würde mich noch so als komplex interessieren in der digitalen Welt wenn ich da kurz vielleicht eines einwerfen kann ja auch hier wieder es gibt positive Aspekte ich glaube wir haben gesehen wie leicht und wie stark die Akzeptanz mittlerweile für digitale Tools ist da sind wir weiter als wir gedacht haben was wir aber auch gemerkt haben ich weiß nicht wie es hinengegangen ist wir benutzen fast ausschließlich amerikanische oder sozusagen Plattformen und der Revenue geht jetzt und vor allem ging in dieser Zeit des Lockdowns Richtung Silicon Valley also ob sie jetzt auf Netflix oder Apple TV oder auf Zoom sind und sich aufhalten und ich glaube auch hier müssen wir uns wieder zutrauen groß zu denken ich zitiere das weil es vielleicht im Kontext der Klimakrise nicht ganz passend ist ungeheuer aber es ist das letzte große Beispiel in den 60er Jahren hat Europa entschieden gemeinsam ein Flugzeugunternehmen einen Flugzeugbauer aufzubauen Airbus weil man gesagt hat wir kommen ins Hintertreffen mit Boeing aus dem einzigen dominanten Flugzeugbau und das war für diese Jahrzehnte wo wir Airbus als Aushängeschild hatten ganz ganz wichtig wird auch noch eine Zeit lang wichtig sein warum trauen wir uns nicht zu unsere in der Digitalisierung wirklich wieder ganz groß zu denken ich denke nur daran wir haben jetzt gemerkt welche Defizite die unser Bildungssystem hat was wäre mit einer großen europäischen Universität die Lifelong Learning für alle ermöglicht und nicht nur für wenige Eliten die des Englischen mächtig sind wo ich auch meine Kompetenzprofile erweitern kann und über ein ganzes Leben lang die Chance habe mich weiterzubilden das gleichzeitig auch als soziales Netz fungieren könnte und als Raum in der Debatte vielleicht anders abläuft als auf Facebook der rein auf dem Algorithmen der Aufmerksamkeit beruht also ich glaube wir müssen auch hier wieder uns zutrauen und auch dafür Geld in die Hand nehmen und zu sagen was ist die große Vision und das wäre glaube ich auch im Kontext der Digitalisierung ganz ganz wichtig wenn wir es nicht schaffen digitale Angebote und digitale Lösungen in Europa zu entwickeln dann werden wir zwischen denen die China schon hat und entwickelt hat und denen die Amerika entwickelt hat und die Amerika hat aufgerieben werden Ja da komme ich jetzt ich glaube ich reihe mich da bei diesen beiden Positionen ein es wäre eigentlich eine schöne Zeit da auch die Innovationslust wieder zu beleben im Sinne von auch sozialen politischen nicht Experimenten aber tatsächlich mit Maßnahmen die vielleicht mutig sind ja also denken wir mal die Grundeinkommensdiskussion aber wir könnten auch so Thema angehen wie Generationengerechtigkeit Geschlechtergerechtigkeit also ich bin ja da nicht so glücklich mit der Situation des Homeoffice weil ich finde der Name ist schon eine Lüge ja weil wie man jemand mir jetzt erklären soll wie man arbeiten kann wenn dann Kinder herumlaufen und dann vielleicht auch noch Geistesarbeit verrichtet ist mir unklar also manche mögen es können ich nicht aber ich glaube was es uns gezeigt hat ist dass es eine Variante ist Arbeit tatsächlich in einen anderen Ort als diesen offiziellen Büroort Australien okay dann stellt sich aber noch die Frage wer kann dieses Homeoffice in Anspruch nehmen wir haben gesehen es gibt Berufsgruppen die können das mal nicht dann kommt dieses berühmte Wort Heldinnen Helden des Alltags muss ich jetzt aufgreifen weil passt auch zum Buch also das hat mich wirklich verärgert denn was schon in diesem Begriff drinnen steckt und wir sollten uns bitte davon nicht täuschen lassen ist dass man von denen fordert dass sie ja diese Arbeit weiter tun unter den schlechten Bedingungen unter den Sicherheitsrisiken die sie haben mit einer ziemlich schlechten Bezahlung und jetzt wie ich gehört habe da Aussicht vielleicht noch einen Gratis Urlaub zu bekommen in Österreich ja also ich finde wir könnten jetzt nur in Österreich natürlich nur in Österreich ja und das halte ich für sehr sehr zynischen Aspekt also gerade diese Berufe die stark von Frauen ausgeübt werden die schlecht bezahlt sind die Doppelbelastungen haben sehr viele Alleinerzieherinnen sind darunter das als als Hellinnen zu titulieren also es ist schon recht bösartig meiner Meinung nach aber wir können auch an diesen Jobs sehen an diesen Posten sehen die können wir wahrscheinlich nie ins Homeoffice verlegen was braucht es dazu den Mut zum Beispiel zu sagen diese Jobs gehören finanziell gefördert da braucht es bessere Kinderbetreuungseinrichtungen da braucht es bessere Arbeitsbedingungen ja da muss sich ein Staat dafür einsetzen da müssen wir uns alle als Bürgerbürgerinnen einsetzen zusätzlich glaube ich das haben wir leider noch nicht besprochen dass auch die Generationenfrage nämlich auch die zwei großen Lager die wählen jetzt nicht unbedingt zwischen Tradition und Progression aber zum Beispiel eben Remain oder Brexit ja dass wir mit diesen Lagern umgehen müssen denn es wird eben die Frage kommen wer wird das nachher bezahlen wer wird in die Maßnahmen investieren die zum Beispiel auch den Jungen dann helfen ihre Startups wieder aufzubauen ihre Unternehmen aufzubauen also es wird da Förderung brauchen und auch ein Einvernehmen zwischen diesen Generationen also hier innovative Konzepte auch zu erarbeiten demokratiepolitische Konzepte zu erarbeiten wie können wir diese Lager zusammenbringen wie können wir Alte und Junge integrieren wie können wir Mütter besser noch in den Arbeitsmarkt integrieren damit sie nicht abhängig sind damit Altersarmut nicht möglich ist wie kriegen wir eigene Verträge oder vielleicht ein spezielles Grundeinkommen für prekär Beschäftigte für Künstlerinnen Künstler zustande wie können wir diesen Kulturbereich absichern wie könnten wir uns in diesem Bereich ganz ganz stark das glaube ich wirklich als Vorreiter auch in Europa positionieren denn das ist weder in Amerika US-Amerika glaube ich dass das irgendwie auf der Agenda steht noch in China aber da könnten wir echt auch unseren Pioniergeist wieder zeigen und wirklich etwas vorlegen denn in technischen Bereichen auch in den finanziellen Investitionen bin ich ja nicht so sicher ob wir da noch mithalten können in den sozialen würde ich aber sagen da hätte ich Optimismus dass wir das schaffen könnten nachdem wir das eine Buch ja von Ihnen besprochen haben also das aktuelle zu den Superhelden ich würde jetzt noch ganz kurz Ihr Vorgängerbuch aufgreifen mit der konservativen Wende und ob die für die Frauen gefährlich ist oder in welcher Form sie gefährlich ist meinen Sie weil Sie haben ja Geschlechtergerechtigkeit angesprochen Kinderbetreuung gestellt dieses Rollenbild das von den treffend Biederfrauen und Biedermeiern wie Sie das beschrieben haben propagiert wird wird das durch die Krise noch weiter verschärft also es ist in der Krise auf jeden Fall verschärft worden weil es war auch selbstverständlich wer diese Hauptarbeit zu übernehmen hat also jetzt sage ich natürlich nicht dass es nicht Männer gab die auch Arbeit übernommen haben bitte das will ich jetzt hier nicht hinlegen aber wenn man sieht wie die Werbung gelaufen ist also auch von Regierungsseite war ich schon so überrascht wie da Frauen dargestellt worden sind im Homeoffice mit Kind mit Homeschooling das waren allesamt Frauen ja übrigens das waren auch weiße Frauen also dieses typische Klischeebild also das ist ja kein Zufall also ja da würde ich sagen ja und vor allem was ich jetzt noch aufkommen sehe ist wir haben ja wie gesagt die Wirtschaftskrise haben wir schon viel jetzt darüber gesprochen was wird passieren wenn diese Arbeitsplätze nicht mehr so verfügbar sind ja also wer wird dann daheim bleiben wer wird da diese Arbeit übernehmen also ich glaube dass diese Krise schon auch sehr stark zeigt wie konservativ unsere Gesellschaften wirklich sind und wie schnell dann auch Frauen wieder an den Rand gedrängt werden ja also sei es auch im wissenschaftlichen Bereich man kann eindeutig auch statistisch darstellen wie viele Expertinnen zu Wort gekommen sind im Vergleich zu männlichen Experten also man sieht einfach dass eine große Unausgewogenheit herrscht aber wie gesagt das ist jetzt nicht etwas was jetzt die Krise bewirkt hätte sondern es war da und wird jetzt durch diese Krise verstärkt und ja das Einzige oder wo ich da schon appellieren würde ist wirklich auch von Frauenseite zu sagen dass da nicht nur eine bessere Entlohnung oder Entgeltung folgen soll sondern auch dass man beobachtet wie schaut es aus mit den Maßnahmen damit Frauen auch wieder in das Berufsleben kommen dass sie nicht den Anschluss verlieren dass sie da nicht überbleiben ja weil wie gesagt irgendwer muss diese Arbeit ja auch jetzt übernehmen und ich höre wirklich von vielen Seiten dass es da große Überforderung gibt und das meine ich jetzt nicht nur von denen die privilegiert sind im Homeoffice sondern auch von denen die wirklich sozusagen ich mag das Wort nicht systemrelevant sind und seit Beginn der Krise draußen arbeiten müssen eine Ergänzung und ich glaube dazu kommt auch noch dass so Themen wie Diversitätsmanagement Inklusion die wir jetzt in den letzten Jahren in der Wirtschaft doch an Bedeutung gewonnen haben erfreulicherweise jetzt vielleicht auch wieder an Bedeutung verlieren werden weil viele Unternehmensführungen sagen jetzt haben wir aber wirklich andere Probleme das ist schön Wetterpolitik sozusagen alte gelernte Muster brechen wieder ganz klar und darauf glaube ich würde man auch schauen müssen ich glaube dass genau der Punkt wichtig ist wenn man jetzt sämtliche Vorhaben die vielleicht eben in Richtung Digitalisierung Klima etc. führen wegen der Kosten möglicherweise nicht durchgeführt werden und man kann sich dann immer darauf ausreden dass man jetzt ja so viel Geld investieren musste um die Krise zu bewältigen also da bin ich skeptisch werden wir sehen was passiert aber wenn du hast das schon angesprochen mit dem Auto also dass man noch immer Diesel digital gesteuert ist ja für mich völlig unverständlich also das ist nur so ein Punkt also was ich jetzt in die Zukunft gerichtet finde das ganz wesentlich wäre und das natürlich auch mit diesen Maßnahmen oder mit dem Ziel der Digitalisierung irgendwie zusammenhängt ist überhaupt eine Förderung eine sinnvolle Förderung von wissenschaftlicher Forschung also das ist in Österreich nicht der Fall es ist in anderen europäischen Ländern teilweise mehr der Fall also Schweiz aber in Österreich sicher nicht genug der Fall und dass man also auch die Arbeit von Wissenschaftlern vor allem jungen Wissenschaftlern die sehr oft prekär ist ganz anders einstuft also wir haben wir erleben in Österreich einen wirklich großen Brain Brain ständig weil eben die Arbeit junger Absolventen ja also nicht honoriert wird oder schlecht also wenn man eben sich einstellen will dass man solchen Krisen irgendwie entgegnen entgegnen kann dann wird wirklich Wissenschaft und Forschung einen neuen Stellenwert bekommen müssen also nicht und auch nicht nur und das haben Sie ja gesagt nicht nur die MINT und nicht nur die Naturwissenschaften sondern gerade auch die Sozialwissenschaften ist ganz ganz wichtig und all das was damit zusammenhängt also das scheint mir überhaupt noch nicht wurde überhaupt noch nicht besprochen also dass die Universitäten öffnen das wurde ja auch überhaupt noch nicht besprochen also das ist ein Punkt und das zweite was mir wirklich am Herzen liegt und das hängt damit zusammen ist eben auch das Prekariat und die Genderfrage also dass Frauen meistens in Krisen verlieren und bei Arbeitslosigkeit auch und zwar also nicht alle sondern also bestimmte in bestimmten Berufen das ist ganz klar dass überhaupt das Prekariat nicht einmal gewerkschaftlich organisiert ist dass die Gewerkschaften anachronistisch sind es gibt es gibt keine Gewerkschaft für prekäre Berufe ich meine das muss man sich ja mal vorstellen die sind nicht vertreten also das ist glaube ich ein absolutes Desiderat dass das kommen muss und um auf die Inklusion zu kommen wir haben zwar über die Flüchtlingsbewegung gesprochen aber wir haben nicht darüber gesprochen dass eben oder wir haben das auch angeführt dass viele dieser systemrelevanten Berufe eben auch von Migranten und Migrantinnen also nicht österreichischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen durchgeführt werden die sogar mit Korridorzügen extra nach Österreich gebracht werden obwohl die Grenzen sonst gesperrt sind wir müssen schauen so wie in Italien dass die legalisiert werden und es muss einfacher werden Staatsbürger zu werden also dass man das fast ein Drittel oder ich weiß nicht wie viel der Wiener Bevölkerung nicht wählen kann ja also wir haben über Partizipation gesprochen wie soll das funktionieren in einer demokratischen Gesellschaft die so viele Menschen letztlich ausschließt oder das Wahlrecht nicht an die Staatsbürgerschaft ja genau also ente oder weder aber man muss wenn man Partizipation will dann kann man so große Mengen der Gesellschaft nicht ausschließen und ihnen dann gleichzeitig vorwerfen sie sind nicht interessiert was in Österreich passiert na 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 wenn ich hier nicht wählen kann und sowieso marginalisiert werde außer es geht mir schon sehr finanziell sehr gut und ich bin privilegiert warum soll ich dann so großes Interesse haben das ist ganz wichtig für soziale Bewegungen jetzt an das anzuknüpfen wenn man schon sozusagen diese viel zitierten und ich bin auch ganz bei Ihnen dass der Begriff falsch ist diesen Heldinnen des Alltags ist aber zumindest kann man das als Momentum nutzen und den Narrativ darauf aufsetzen dass man sagt na gut ihr habt uns jetzt geklatscht für uns jetzt möchten wir aber auch Rechte haben und ich glaube da können jetzt soziale Bewegungen auch ansetzen und sagen wir fordern jetzt mehr Mitbestimmung und wie auch immer sie dann geartet ist aber ein Wahlrecht für hier ansässige und über längere Jahre arbeitende steuerzahlende Menschen ist das Mindeste zum anderen glaube ich ist diese Corona-Krise auch ein eben vielleicht ein falsches Beispiel hier war zentrales Handeln zum Teil notwendig aber das was die Folgeerscheinungen dieser Krise sind da braucht es sehr viel dezentrales Wissen das ich einbeziehen muss da muss der Staat lernen von Innovationen die ganz woanders stattfinden als in sozusagen Verwaltungsthemen und da muss ich eben Menschen einbeziehen muss ich sagen was ist euch in dieser Region eingefallen was habt ihr für ein Modell wie können wir das skalieren und ich glaube umso mehr wird es wichtig sein eben ganz klare Schienen zu bauen um dieses Wissen der Bürgerinnen und Bürger auch zu sammeln sei es im Digitalen sei es im Analogen das übrigens und das vielleicht zuletzt noch was Fake News und dieses Problem mit Manipulation betrifft ich glaube wirklich dass uns sozusagen Vororte des Ausverhandelns von Wahrheit von Realität abhandengekommen sind in diesen letzten zwei Monaten und dass auch deswegen Menschen einfach in der digitalen Selbstisolation natürlich viel leichter in Dinge hineinkippen als wenn ich weiß ich nicht am Kaffeehaus aufs Tisch sagt du hast da angeschaut das ist ein kompletter blödsinn denkmal über das wir wissen aus der Sozialforschung umso wichtiger sind eben diese Studien dass Menschen im Digitalen ihre Meinung nicht ändern sondern ihre Meinung eher bestätigt bekommen und wir genau das Persönliche den Dialog brauchen damit wir aufeinander zugehen Kompromisse finden und unsere Meinung eben auch ändern können das fehlt ja so oft und das fehlt auch in Ländern die sich weiter polarisieren wie Amerika wo es ja auch ein physisches getrennt sein gibt durch die Wohnsituationen und das Clustering das bringt mich zu meiner Schlussfrage wir haben jetzt eine gute Stunde miteinander gesprochen könnten das natürlich auch noch weiter tun aber wir wollen es zumindest einmal für den quasi offiziellen Teil einen Abschluss finden es gibt nicht nur das wunderbare Buch über die Welt retten könnten sondern es gab auch das Buch oder gibt das Buch immer noch wie wir die Demokratie gemeinsam retten von Philipp Nawal das wir einmal im Rahmen einer Publikumsveranstaltung auch besprechen durften und daran anknüpfend auch meine Schlussfrage werfe ein bisschen so die Ansätze zusammen es wird wahrscheinlich mehr kollektive Antworten brauchen es wird trotz Eigenverantwortung wahrscheinlich ein Individualismus geben der an gewisse Grenzen gerät und abgesehen jetzt von einer netten Gesprächsrunde wieder uns reiten wo es natürlich auch ein bisschen Zeit gibt für Zweifel für vielleicht auch Kritik auch konstruktive Kritik aber wann wann wird es allgemein aus Ihrer Sicht wieder dazu kommen dass wir in einer liberalen Demokratie doch wieder eine gewisse Meinungs- und Themenvielfalt haben ich sage jetzt Dialog und Auseinandersetzung Partizipation die ja schon angesprochen wurde auf vielen Ebenen wann werden wir da wieder eine Entwicklung haben die eine Form der ich verwende jetzt nicht wieder den ungeliebten Begriff aber sagen wir einer Form der Normalität die kennen und schätzen wieder geben wird was vielleicht muss auch die Zivilgesellschaft aus ihrer Sicht dazu tun das zum Schluss auch vielleicht mit einem Appell verbunden wer möchte beginnen nein überwältigt da wird jetzt sehr viel reingepackt ja ich kann ja ich kann einmal beginnen dann wird das schon also ich die Frage wann ist glaube ich nicht vorhersehbar genau aber ich glaube wir werden weiter mit diesem Virus leben so wie nach diesem wie Sie gesagt haben nachdem diese Schockangst einmal vergangen ist wird man sich daran gewöhnen dass es diese Krankheit gibt und dass man also in sinnvoller Weise hoffentlich damit umgeht und nicht unbedingt die Alten wegsperrt also das wäre schon ein Appell meinerseits aber ich glaube dass es Wege gibt abgesehen von der Entwicklung und der Forschung dass man Medikament Impfung und so weiter aber es wird auch andere Krankheiten wieder geben also ich glaube man muss überhaupt zu einem Punkt kommen dass man über Krankheit auch Dialoge hat und um das jetzt aufzugreifen diese Öffentlichkeiten die wir brauchen also ganz regional lokal nicht nur im Fernsehen und nicht nur also im Hauptabendprogramm sondern ganz unterschiedliche Foren dass es wichtig ist über die Möglichkeit mit solchen Krisen umzugehen und wie man das macht und wie man sich das erklärt und was jeder tut und nicht tut dass man darüber Gespräche führt also und da sich auch beteiligt also ich habe das zufällig erlebt vorgestern kleine Anekdote ich lebe in Favoriten und in der Ankerbrotfabrik und von dort sieht man auf eine Gstetten hinunter und plötzlich sehe ich dort eine Gruppe von Jugendlichen in einem schönen Kreis sitzen mit Abstand und diskutieren und wir haben uns gedacht was ist da los wer ist das waren das Leute vom Gemeindebau nebenan die sich entschieden haben sie wollen also miteinander da irgendwie reden ja und es gibt dort kein Kaffeehaus unmittelbar also sind sie dort so schön im Kreis gesessen und ich habe mir gedacht das ist doch eigentlich ein wunderbares Modell dass man wieder zu dieser analogen Interaktion zurückfindet die eben auch nur lokal stattfinden kann das schließt nicht aus alle anderen möglichen Öffentlichkeiten aber ich glaube dass die die Angst die auch geschürt wurde und die auch als Schockangst einfach da war ja man ist plötzlich mit so einer Krise konfrontiert dass wenn die einmal überwunden ist dass wir Wege finden müssen auch ganz im Alltag damit sinnvoll umzugehen und um auf die Pflichten zu kommen das finde ich ganz zentral dass man die Freiheit wirklich auch damit verbindet mit der sinnvollen Verantwortung und auch das muss man sicherlich besprechen also die Anti Establishment Anti Eliten Bewegungen die es immer geben wird auch die muss man da irgendwie mit hineinnehmen und schauen ob man da auf einen zumindest auf einen Dialog kommt also das wäre für mich zumindest lebbar wann was öffnet wann wir was alles tun können wann wir wohin auf Urlaub fahren also das kann ich überhaupt nicht prophezeien aber ich würde mir einen unaufgeregteren Umgang einen dialogischen Umgang wünschen ja und ich glaube um dann das anzuknüpfen jeder kann Gastgeber von solchen Runden sein und Menschen wieder zusammenbringen nachdem wir die Angst jetzt überwunden haben im Rahmen der Vorsage Maßnahmen die wir zu treffen haben ich glaube dass wir auch das Traumata dieser Zumutung die wir erfahren haben und die ist ja tief antimenschlich sich wegsperren zu mischen dieses kollektive Traumata für manche noch schwerer für manche etwas leichter ertragbar auch aufarbeiten müssen und das was uns in dieser verordneten Fastenzeit vielleicht an Gedanken an Ängsten gekommen ist auch vielleicht sinnvoll wenn irgendeine Lehre aus dieser sinnlosigkeit weil dieser Virus ist sinnlos da will ich gar keinen esoterischen Nutzen daraus ziehen aber zumindest irgendeine Art Sinn danach zu ziehen und eines was noch nicht geschehen ist und ich glaube das ist auch eine Chance für die Gesellschaft es gibt noch keinen allumfassenden Narrativ den jemand über das Ganze gestülpt hat weil es ebenso sinnlos ist und ich glaube man kann jetzt dem Ganzen auch Post Faktum sozusagen in einem Narrativ geben und was haben wir daraus gern vielleicht ist es auch ein Testrun für Krisen die kommen was an uns war resilient was war nicht resilient wo müssen wir hinschauen welche Bereiche unseres Lebens des Sozialstaats haben funktioniert welche anderen sind fast in die Brüche gegangen was an unseren menschlichen Beziehungen hat standgehalten was nicht da können wir noch lange davon zehren aber wir müssen diese Orte aufmachen wir müssen darüber reflektieren und vielleicht wenn es die Schlussrunde ist glaube ich ganz pragmatisch gesehen brauchen wir in Bezug der Demokratie wirklich wieder dieses Zutrauen dieses den Menschen sagen jetzt hast du dich einordnen müssen jetzt möchten wir dich einbeziehen und in Bezug auf Europa muss es das ganz klare Bewusstsein sind die Machtblöcke USA und China sind noch schärfer getrennt als jetzt wollen wir zermahlen werden zwischen diesen kleinen Blöcken oder bauen wir und schaffen wir eine gemeinsame Antwort ob das zwei Geschwindigkeiten sind oder ein Kerneuropa das wird sich zeigen ich bin auch ihrer Meinung dass das wahrscheinlich in diese Richtung gehen muss um vorzubreschen und zuletzt ich glaube muss die Forderung gestellt werden wenn jetzt Geld ausgegeben wird dann wenigstens für sinnvolle Dinge und nicht für die Fleischindustrie und Massentierhaltung oder den Dieselverkehr und weiß ich nicht das sind jetzt sondern genau für die Dinge die sinnvoll sind um uns auf eine nächste Krise nämlich die Klimakrise vorzubereiten wenn ich jetzt einen Wunsch hätte ans Christkind und das ich nicht glaube dann würde ich wirklich den Wunsch äußern dass wir einen wirklich breiten und jetzt nicht einen plakativen aber einen breiten Dialog über Arbeit starten warum Arbeit einmal abgesehen von diesem leidigen System relevant oder nicht soll man überhaupt das System so erhalten oder nicht ist dann die andere Frage die darauf folgt ist für mich aber das Schockierende gewesen also dass es einfach Jobs gibt die wichtig sind die keiner machen will wo wir auf Kräfte zurückgreifen müssen weil einfach in Österreich diese Arbeit keiner machen will wenn das nicht unbedingt muss was es mir gezeigt hat ist jetzt nicht so dass ich sage es gibt jetzt bessere oder schlechtere Arbeit natürlich gibt es das es gibt wahrscheinlich auch körperlich forderndere und dann gibt es wieder geistig forderndere aber ich fand es schon spannend dass kein Aufschrei war so warum können das nicht warum findet sich einfach keiner der diesen Job machen muss also warum will diesen Job keiner machen also wir sollten tatsächlich auch über unser Verständnis von wertvoller Arbeit sprechen Arbeit die getan werden muss warum wird sie nicht getan nur weil sie physisch anstrengend ist oder wird sie einfach zu schlecht bezahlt warum genießt diese Arbeit nicht genug sozialen Status wenn sie denn so notwendig ist also ich finde das sind alles Fragen die sind für mich überhaupt nicht beantwortet worden sondern es wird versucht mit irgendwelchen Maßnahmen dann doch noch ausländisches Personal zu bekommen weil ja Pflegekraft will halt nicht die Mehrheit werden und am Erntehelfer auch nicht aber ich finde das ist schon eine wichtige Frage dass wir sagen warum haben wir eine Gesellschaft in der sich keiner bereit ergeht diese Arbeit zu verrichten wenn sie denen so wichtig ist also da halte ich also das halte ich wie eine absolut wichtige Diskussion denn auch in Zukunft wird sich diese Frage stellen also egal ob wir nationaler werden oder nicht ist dann doch auch die Frage der Gerechtigkeit warum gibt es Menschen die wir diese Arbeit zumuten und andere nicht also auch hier messen wir mit einem Maß das ja ungerechter nicht sein könnte also jetzt mal abgesehen von Geschlecht und Generationen Gerechtigkeit müssten wir auch dieses Thema Arbeit ansprechen und mal sagen wie kann es sein dass es einfach Arbeiten gibt die keiner machen will was können wir tun um diese Arbeiten aufzuwerten sozial aber auch finanziell und vielleicht auch mit Unterstützungsmaßnahmen vielleicht kann auch da Digitalisierung helfen Robotisierung helfen warum ist das in diesem Bereich nicht möglich also das wäre mein Wunsch wirklich bereit mal über Arbeit zu diskutieren ich glaube nämlich auch dass wir dann sehr sehr schnell in die Diskussion um Grundeinkommen um Absicherungen reinkommen nämlich um einfach sicherzustellen dass hier niemand zurückbleibt und jeder das Gefühl hat dass er wichtige relevante Arbeit berichtet ich bezweifle nämlich dass es auch systemunrelevante Arbeit gibt also das ist auch schwer mir das mal zu erklären wer das dann sein soll aber ich hätte gerne mal so eine Liste wer dann nach offizieller Seite nicht relevant ist ich fürchte mich vor der Liste ich mich auch ich komme noch mal auf Ihre Frage Eingangsfrage zurück oder Ausgangsfrage ich würde sagen wann ist dieser Zeitpunkt wann wir wieder in der Normalität angekommen sind glaube ich sehr verfürzt war das die Frage ich glaube nie und das hat gar nichts mit dieser aktuellen Krise zu tun sondern ich glaube dass so Dinge wie Medienfreiheit der Medienfreiheit der Meinungsäußerung Versammlungsfreiheit Werte sind die nie hundertprozentig erreicht sind und auch deshalb Werte sind um die wir jeden Tag kämpfen müssen und wir müssen jeden Tag darum kämpfen dass sie nicht eingeschränkt werden wir müssen jeden Tag argumentativ und politisch uns engagieren dafür dass diese Werte aufrechterhalten bleiben und dass wir Dinge wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Freiheit in dem Thema Freiheit aufrechterhalten werden und da gibt es für mich kein Zieldatum und keinen Zielzeitpunkt ich glaube dass eine Sache die ich eigentlich sehr spannend finde und die glaube ich auch ein so positives konstruktives Potenzial hat ist dass jetzt in einer ungeheuren Wucht mehr Menschen denn je wieder einmal festgestellt haben wie wichtig Politik ist weil die Politik entscheidet jetzt darüber ob ich meine Wohnung verlassen darf die Politik entscheidet darüber ob ich Freunde treffen darf ob ich meine Mutter besuchen darf die Politik entscheidet darüber ob ich zu meinem Arbeitsplatz gehen darf die Politik entscheidet das immer aber in einer so großen Unmittelbarkeit wie jetzt wird das so viele Menschen noch nie erlebt glaube ich und zwar weltweit und das finde ich so diese ungeheure Wucht mit der wir diese Erkenntnis wieder vor unsere Augen geführt bekommen das finde ich bemerkenswert und das zeigt wie wichtig es ist darüber zu entscheiden wer diese politischen Entscheidungen trifft wie sie getroffen werden ob ich da ein Teil davon von dieser Entscheidung bin wie ich da mitreden kann wie transparent diese Entscheidungen zustande kommen das finde ich wahnsinnig wichtig und da ist eben dann die Frage welche Rolle spielen Expertinnen und Experten welche Rolle haben Parlamente in diese Systeme und all diese Dinge also wenn wir das mitnehmen können dieses Bewusstsein und daraus eine demokratiepolitische Debatte machen oder aber auch eine Debatte grundsätzlich über die Bedeutung von politischen Entscheidungen finde ich dann hätte es auch was Positives gut dann darf ich mich an dieser Stelle für die Beiträge bedanken die einfachen Antworten und schnellen Lösungen sind auch sonst nicht das Ziel einer Diskursplattform außerhalb von jeder Krise ich danke vielmehr für diese klugen und durchdachten Impulse für die Zukunft in und auch nach dieser Krise es gibt ja die These über die Krisen der Vergangenheit dass diese immer dann vorbei sind wenn sich ein Narrativ durchsetzt welches die Ereignisse zusammenfasst und dann gibt es noch die Ergänzung wenn diese erzählerische Sinngebung eine Langzeitwirkung entfaltet die stärker ist als die Krise dann ist überhaupt die Krise überwunden ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken und mit einem Zitat schließen von Richard von Weizsäcker es passt zu dieser Krise von den Chinesen können wir derzeit viel lernen sie haben für Krise und Chance dasselbe Schriftzeichen danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal Idealism prevails make the world a better place Video bis zum nächsten Mal bei mir bis zum nächsten Mal zegt